Hey ihr Abenteurer, mit Upload diesen Videos startet jetzt offiziell die festlichen 50 Kilometer 2023. Noch ein paar kleine Updates, es gibt ja zwei Gewinne. Erstens für das festlichste Kostüm und zweitens für die meisten Kilometer in der Zeit. Und da habe ich mir überlegt, noch ein drittes Goodie dabei zu machen. Die wird dann ausgelost unter allen Teilnehmenden, die die 50 Kilometer geschafft haben. Ich habe mir überlegt, dieses Jahr eine Bestenliste zu machen. Ihr habt Zeit mir abends eure gemachten Kilometer zu schicken, per E-Mail oder per Instagram, ist egal. Und diese werde ich an die Tabelle eintragen und die online stellen, sobald ich sie fertig habe. Idealerweise zum nächsten Morgen, dass ihr seht, wie viele Kilometer ihr schon gemacht habt, wie weit ihr seid. Oder auch wie weit der Erste euch oder der Nächste voraus ist. Alles nur optional, wenn ihr nicht wollt, dass man sieht, wie viele Kilometer ihr schon gemacht habt, kann ich euch rauslassen. Alle Infos, was ich jetzt gesagt habe und was noch kommt, findet ihr auch in der E-Mail und unter diesem Video. Zudem habe ich auch Kilometer-Karten gemacht. Einmal in einer Drucker-unfreundlichen Version und einmal in einer Drucker-freundlichen Version. Die blende ich jetzt hier beide ein, hier unten. Diese könnt ihr euch downloaden. Das ist wie beim Mammutmarsch, Megamarsch, wenn ihr jetzt ein gewisses Ziel erreicht habt, 15, 15 Kilometer oder so weiter, dann könnt ihr davon ein Bild machen und das hochladen. Bei Instagram mich natürlich markieren. So als Zeichen, yay, ich habe die Schätzungs-20 oder 25 Kilometer geschafft am ersten Tag, für ein bisschen stolz drauf zu sein. Das war es dann auch soweit mit den Updates. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mal gerne eine E-Mail bei Instagram oder schreibt unten einen Kommentar, ich werde darauf antworten. Dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Tage, geht ein bisschen raus, auch wenn das Wetter nicht so sonderlich ist. Bei uns ist auch Regen gemeldet. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Challenge. Gebt Gas und ich bin gespannt auf eure Bilder und auf eure Storys. Bis dahin, euer Topper, ciao.